Hallo liebe MOBA-Freunde, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen bei mir bei How is MOBA, alles von oben. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich die Schienenreiniger tue mit einem ganz einfachen Hilfsmittel, wo jeder auch nehmen kann. Viel Spaß beim Zuschauer und los geht's. Ja, zum Schienenreinigen nehme ich dieses Isopropanol. So und dann nehme ich dieses kleine Klötzle, da habe ich zwei Spacks durchgeschraubt. Das sind nämlich die Hartschaumplatte, die 20 Millimeter. Die kennt ihr wahrscheinlich. So was von Klasse zum Reinigen, mit dieser rohen Fläche. Und die Breite stimmt auch ziemlich gut für die Schiene. Und dann mache ich einfach nur so, zack, drauf und jetzt hält es. Und dann eintunken und los geht's. Und dann fahre ich einfach auf der Schiene. Einmal hin und her. Ja, so wird's gemacht. Schaut mal, was da Dreck schon wieder ist. Andererseits ein bisschen. Man kann es auch bisschen schräg dann halten. Hier sieht man es jetzt schräg, dass der Dreck runtergeht. Und das ist sowas von einfach, weil die Struktur von diesem Hartschaum ist ein bisschen rau. Und wenn das zu schmutzig ist, dann wechselt es halt. Das Gute ist halt dabei, man fährt nicht in Bepflanzung rein. Das ist wie gleich Putzwegele. Schaut mal, was da Dreck runter ist. Jetzt fahre ich extra langsam, damit ihr das seht. Ihr seht ja schon, dass da Vertiefungen sind, wo die Schienen sind, in diesem Herzschirm. Ist echt gut. Hier und die Weichen, drüber fahren. Da kann man nichts kaputt machen. Schaut mal den Dreck an, was da drauf ist. Oder halt. So, das ist jetzt nur zur Demonstration, damit ihr seht, wie ich das mache. So Klötzle schneiden. Die 20 mm Hartschaumplatte nehmen. Und dann so 1 cm stark etwa runter schneiden. Dann hat man wunderbare Schutzmöglichkeiten. Schön ist halt, man kann schön fahren. Man kommt nicht aus der Spur, weil die Rille sind. So, ja, so mache ich das mit der Reinigung. Hier nochmal die Weinsinskonstruktion. Ja, jetzt habe ich euch gezeigt, wie ich das mache mit diesem Schienenreiniger. Ich hoffe, das ist eine Anregung für euch. Vielleicht probiert es ein paar. Und auch jetzt würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Howie, Moba, alles von oben.